Ja, erzähl uns was, wer bist du, warum bist du heute hier? Ja, also ich bin die Cheyenne, ich bin 20 Jahre alt und ich bin heute einfach mal hier, um es mal auszuprobieren. Und wenn meine Freunde gesagt haben, mach es doch einfach mal. Ja, das ist auch das erste Mal, also ich bin mal gespannt, wie es wird. Okay, hast du schon Erfahrung, oder? Nee, also ich stehe noch mal hinter der Kamera. Machst du selber Fotos? Ja. Okay, ja, dann machen wir jetzt noch das Styling hier mit der Lissi. Und dann geht's dann gleich los drüben im Studio, ne? Super. Danke.